Sie kennen das sicherlich. Hunderte, gar tausende Teile müssen in produzierenden Unternehmen zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge, am richtigen Ort zur Verfügung stehen. Eine Mammutaufgabe, die viel Zeit und Ressourcen kostet. Stellen Sie sich vor, all diese Artikel, egal ob A-, B- oder C-Teile, könnten über ein einziges Tool verwaltet werden. Über all Ihre Lieferanten und Lagerorte hinweg. Mit CPS Myself, der Lösung für digitales Versorgungsmanagement der WIRT Industrie Service, gelingt das ganz leicht. Basis ist die CPS Myself Webplattform und der Einsatz von RFID-Kannbahnsystemen. Die benutzerfreundliche Webplattform lässt sich ganz einfach über Ihren Browser aufrufen. Die RFID-Technologie kommt über den RFID-Tag ins Spiel. Bei kleinen C-Teilen wie Schrauben, Scheiben und Muttern ist dieser auf einem Kannbahnbehälter platziert. Über ein Lesesystem wie dem intelligenten Kannbahnregalboden iShelf werden Artikelinformationen von Leerbehältern ausgelesen und an die Webplattform übermittelt, sodass ein Bedarf gemeldet und automatisch eine Nachbestellung beim entsprechenden Lieferanten ausgelöst werden kann. Bei Teilen, die nicht in einen Behälter passen, wie Rohre, fertige Getriebe oder ganze Fahrzeugsätze, kommen beispielsweise Bestellkarten mit RFID-Tags oder RFID-Systeme wie iPallet zum Einsatz. Und das Management von Nachbestellungen ist noch lange nicht alles. Durch die Transparenz über jegliche Artikelbewegungen lassen sich zum Beispiel auch interne Millgrants die Arbeitsplatzversorgung und das komplette Assetmanagement über CPS Myself abbilden. Alle Warenbewegungen auf einen Blick, eine Bestandsübersicht in Echtzeit, Verbrauchsanalysen und Prognosen sowie eine automatisierte Bedarfserfassung schaffen eine ganzheitliche Versorgungssicherheit und eine Vielzahl an Optionen zur Produktivitätssteigerung in ihrer Produktion, Intralogistik, Materialwirtschaft, Instandhaltung und Beschaffung. Den individuellen Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. CPS Myself – die Zukunft der Versorgung. Ein System für alle Teile.